Willkommen bei Mathematik. In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie du Brüche addieren kannst. Brüche addieren, also Plus rechnen. Wichtig immer über mir, die Begriffe Zähler und Nenner. Zähler ist die Zahl, die über dem Bruchstrich steht. Nenner ist die Zahl, die unter dem Bruchstrich steht. Schauen wir uns mal die erste Aufgabe an. 2 Viertel plus 1 Viertel. Und was wir hier sehr schön sehen können, ist, dass wir bei beiden Summanden den Nenner 4 haben. Beide Nenner sind 4. Diese beiden Brüche heißen dann auch gleichnamig. Das sind zwei gleichnamige Brüche, denn sie haben den gleichen Nenner, nämlich 4. Und wenn das so ist, wenn zwei Brüche den gleichen Nenner haben, dann können wir einfach den Nenner beibehalten und die Zähler addieren. Rechnen also 2 plus 1 im Zähler. Machen wir mal, 2 plus 1 ist 3. Und den Nenner 4, den behalten wir bei. Die Lösung lautet also in dieser Aufgabe 3 Viertel. Bei Viertel plus 1 Viertel sind 3 Viertel. Also bei zwei gleichnamigen Brüchen, wie hier 2 Viertel plus 1 Viertel, kannst du einfach den Nenner beibehalten und die Zähler addieren. Zweite Aufgabe, 1 Halb plus 1 Viertel. Und wie du sehen kannst, sind diese beiden Brüche nicht gleichnamig. Warum nicht? Weil einmal der Nenner 2 und einmal der Nenner 4 auftaucht. Das bedeutet, dass wir hier noch nicht direkt addieren können. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass beide Brüche den gleichen Nenner haben. Beide Brüche sollen den gleichen Nenner haben. Wir wollen die beiden Brüche gleichnamig machen. Wie bekommen wir das hin? Wir bekommen das hin, indem wir den ersten Bruch 1 Halb mit 2 erweitern. Erweitern bedeutet, Zähler und Nenner mit der gleichen Zahl multiplizieren. Warum machen wir das? Na, weil wir im Nenner eine 4 haben wollen. Wir wollen im Nenner eine 4 erzeugen. Wir wollen gleichnamig machen und in dem Fall würden wir hier also mit 2 erweitern. Dann steht im Zähler des ersten Bruches eine 2 und im Nenner eine 4. Wir haben jetzt sowohl Zähler als auch Nenner mit 2 multipliziert. Ein Viertel bleibt stehen. Damit passiert nichts. Und jetzt haben wir wieder die gleiche Ausgangssituation wie in der ersten Aufgabe. Wir haben zwei Brüche und beide haben den Nenner 4. Und das ist praktisch, weil jetzt können wir addieren. Jetzt müssen wir nur noch die Zähler addieren, nämlich 2 plus 1 rechnen, wie in der ersten Aufgabe. 2 plus 1 ist wieder 3 und 4 können wir beibehalten. Unsere Lösung lautet also auch hier 3 Viertel. Das ist doch die gleiche Lösung wie gerade. Ja, das liegt daran, dass 2 Viertel der gleiche Bruch ist wie 1 Halb. Wenn man 2 Viertel kürzt, kommt man eben auf 1 Halb. Oder wenn man 1 Halb erweitert, kommt man eben auf 2 Viertel. Letzte Aufgabe. 1 Halb plus 3 Sechste. Wir sehen wieder, die beiden Brüche sind nicht gleichnamig. Wir haben einmal den Nenner 2 und einmal den Nenner 6. Wie können wir jetzt den ersten Bruch erweitern, sodass wir im Nenner eine 6 bekommen? Womit müssen wir 2 multiplizieren, um auf 6 zu kommen? Womit müssen wir 2 multiplizieren, um auf 6 zu kommen? Naja, mit 3. Also erweitern wir diesen Bruch mit 3. Erweitern mit 3. Dann bekommen wir als ersten Bruch 3, weil 1 mal 3 ist 3. Und im Nenner 6, weil 2 mal 3 6 ist. Der zweite Bruch ist 3 Sechste. Den können wir einfach abschreiben. Und was wir jetzt hier sehen können, ist, dass wir hier 6 haben und hier auch. Und wenn diese beiden Brüche gleichnamig sind, das ist hier der Fall, können wir einfach die beiden Zähler addieren. Wir bekommen dann also 3 plus 3, das ist 6. Und im Nenner bleibt die 6 stehen. Wir haben dann also 6 Sechste und 6 Sechste ist einfach 1. Unsere Lösung heißt also hier 1. Merk dir also gern, wenn du Brüche miteinander addieren möchtest, musst du sie zunächst gleichnamig machen. Gleichnamig bedeutet, dass alle Brüche denselben Nenner haben müssen. Alle Brüche müssen denselben Nenner haben. Und das kannst du zum Beispiel hinbekommen, indem du einen Bruch erweiterst. Manchmal musst du auch beide Brüche erweitern, wenn die Nenner so angeordnet sind, dass das mit dem Erweitern von Einbruch nicht funktioniert. Dann erweiterst du einfach über Kreuz und stellst so den Hauptnenner her. Wenn du möchtest, kannst du das noch eine Runde üben. Ich pinne dir unter diesem Video noch ein paar Aufgaben an. Thema Brüche addieren. Sende mir deine Lösung gern in einem Kommentar und dann kann ich darauf reagieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Da freue ich mich auf dich. Lass es dir gut gehen. Ciao und Tschüss. Dein Rick